Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Spielevorstellung bei uns auf dem Kanal, sofort und gleich. Hier stelle ich euch jetzt Trap Labs vor. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt gerne auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und dann auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video laden. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, ich hab keine Ahnung, wie dieses Spiel hier funktioniert. Wir werden es jetzt gleich einfach mal ausprobieren. Also, Single Player Story, Online Co-op Story, Endless Level Up, Endless Level Up Online, Unlock, Fall Game. Ich mach mal Single Player Story. Probieren wir es einfach mal. Ich hab keine Ahnung, wie das Ding hier funktioniert, um was es da geht und so weiter und so fort. Das hier ist Mai, das ist Billy, oh mein Gott. 1337 Dollar, ein bisschen teuer, ne? Ja, da würde ich jetzt genauso gefrustet gucken. Ja, alles nix. Und dann läuft er auch noch gegen den Mast. Oh mein Gott. Schau mal. Participate, Trap Labs, served first, yummy free cake, live. Okay. Flip wrong. Okay, wie gesagt, ich hab null Ahnung. Welcome to Trap Labs. My name's Pard. I will be your partnering tour guide for your participation. Shouldn't you be in school? Also, er begrüßt uns jetzt zu diesen Trap Labs und sein Name ist Hart. Und er wird unser Tourleiter sein. Er fragt uns, ob wir nicht in der Schule sein müssten. Not a problem. I welcome participants of all ages. We even got a granny downstairs. This way, please. Also macht nix. Geht ihm nicht ums Alter. Und wir haben sogar eine Granny downstairs. Also eine Oma. Pard stands for practically autonomous rolling thing gammer board. But I'm much more human than you think. See, I wear a hat. Also er meint, er ist menschlicher als man denkt. Er trägt immerhin einen Hut. Trap Labs is the world's largest designer and manufacturer of traps for pests. And dangerous animals for over 20 years. Our founder hat Huntington mysteriously disappeared on a personal quest. Also der Gründer, Hutch Huntington, ist seltsamerweise vor ein paar Jahren verschwunden. In his absence, I continue to build and improve traps and adapt to the ever-evolving intelligence of dump animals. Also in der Zwischenzeit hat er es weitergeführt und hat quasi die Fallen weiter ausgebildet für dumme Tiere. Mr. Huntington was a skilled huntsman, woodsman, fisherman and all things sharp, pointy and rigid. Today, Trap Labs runs on mostly autonomous thingamabuts like me, recursively improving trapping at an exponential rate. If you manage to get to the top floor, you'll be rewarded with lots of money to buy lots of candy or whatever kids enjoy these days. Also wenn wir es schaffen, bis ganz nach oben zu kommen, dann gibt es... Hey, ich bin amazing. Wenn wir es nach oben schaffen, dann gibt es richtig viel Kohle. You, follow me. Alles klar, ich folge dir. Und da gibt es schon nochmal Tötchen. Ich habe Tötchen. Da gibt es... This Direction. Ja, klar. So, ja. The goal on every floor is to figure out how to get to the door on the other side. Also, das Ziel einer... Jeden Etage ist es herauszufinden, wie man zu der Tür auf der anderen Seite kommt. Also, ich laufe jetzt einfach mal so, wie der das sah. See how easy that was. If you were born to participate, proceed to the next floor. Also, schau mal, wie einfach das war. Ja, das war einfach. Yo, this way. Okay, ich gehe dann mal... Da wird eine Falle sein, schätze ich mal. This is a checkpoint. In the case of your device, you will respawn here. Also, da gibt es dann sogar Checkpoints. This floor looks like the last one, except the walls are now tunnels. Also, diese Etage sieht genauso aus wie die letzte, nur dass die Wände nun Tunnel sind. Und, okay, damit bin ich dann auch schon das erste Mal abgestürzt. Okay. See these tunnels, they are like the slides at the playgrounds, except they are more vertical. Ja, das habe ich schon verstanden. Also, da dürfen wir natürlich nicht reinfallen, ist ganz klar. So, well done. Okay, einmal bin ich gestorben. Bis jetzt ist das alles noch ziemlich einfach. Hier haben wir schon wieder den Checkpoint. Most adults give up long before they reach sharper floors. Maybe you youthful energy can do better. Die meisten Erwachsenen geben vorher schon auf, bevor sie überhaupt die höchste Etage erreicht haben. Vielleicht haben wir als Kinder doch ein bisschen mehr Power. Figuring out where to take your steps next is the middle to your success at Trap Labs. So, jetzt ist natürlich die Frage, eigentlich hätte ich gerne das Ding da unten, ne? Das hole ich mir auch. Ich weiß ja nicht, was das... Da kann ich nicht durch, ne? Ich weiß nicht, was das jetzt war. Ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen. Nein! Aber das war doof. Okay. Die Münzen will ich natürlich alle haben. Ihr wisst, ich bin ein Sammler. Let's get your picture then taken on the next floor. Okay, da habe ich das Bild. Das Bild haben sie jetzt von mir gemacht. Einmal bin ich wieder gestorben. Einmal bin ich wieder abgestürzt. Okay. Yo, this way. Ja, bis jetzt ist es ja noch simpel. Jetzt haben wir wieder. Before you officially become a part of Trap Labs testing program, I'd like to take your picture so I can remember... Also wir sollen... Das nehme ich mir noch mit. Oh. Ups, my hand slipped. Now I have a picture. Okay. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Kein Thema. Wir gehen da wieder hoch. Bis jetzt alles noch sehr easy. Da ist wieder ein Törtchen. Also das hier öffnet und schließt sich in einem speziellen Intervall. Und dann müssen wir natürlich darüber. Oh mein Gott. Das war knapp. Aber natürlich auch das wieder geschafft. Hier schön Foto machen. Bis jetzt alles noch sehr, sehr easy. Okay. Auch das noch sehr einfach. Good job. Okay. Ja, drei Kolumns. So, in welchem Modus geht das denn auf und zu? Ein bisschen Zeit haben wir ja. Nein, das war doof von mir. Ach, komm. Okay. Jetzt langsam. Okay. Drüber und zack. Geschafft. Also jetzt hier hin. Da gibt es wieder Törtchen. Erst das Äußere. Erst die Äußeren. Dann das Innere. Das ist eigentlich auch noch simpel. Das ist alles noch einfach. Jetzt haben wir vier Stück. Nein. Auch noch einfach. Hafen-Profi. Kein Thema. Die Törtchen holen wir uns auch. Da unten, da gibt es Hörnchen. Ach Gott, was habe ich gemacht? Zu weit gelaufen. Nein. Come on. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Alles klar. Aber auch das haben wir wieder geschafft. Weiter geht's. Oh, das war ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Jetzt geht's deutlich viel schneller. Ei, ei, ei. Okay. Ja, und auch wieder drüber. Zack. Ja, sind schon jetzt im zwölften Floor. Wie lange habe ich denn da Zeit? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Nach welchem System geht das jetzt hier? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Alter Vater. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ach, komm. Hä? Jetzt wird's... Geschafft. Aber jetzt das eine Ding will ich mir natürlich noch holen. Ja. Uiuiuiui. Okay, jetzt wird's doch ein bisschen spannender. Schaffen wir das hier auch? Oh. In welchem System geht das denn jetzt? Okay. Ah, ich kann... Okay. Au. Uiuiuiuiui. Nein. Okay. Nein, da muss ich direkt durchlaufen. Ich muss direkt durchlaufen. Nein. Ah. Oh mein Gott. Wie viel Leben habe ich noch? Nein. Oh mein Gott. Ach, komm. Genau in dem Moment, wo ich eigentlich gar nicht laufen darf. Geh ich. Ist es Gott. War das blöd. Och, komm. Oh mein Gott. Oh. Alter. Ey. Alter. Oh mein Gott. Jetzt stelle ich mich aber ziemlich dämlich an, glaube ich. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Oh mein Gott. Hole ich mir das Ding oder hole ich es mir nicht? Oh mein Gott. Soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Nein, das war so dämlich. Wie soll man das machen? Warte mal. Ach, komm. Ich war doch schon durch. Ich war doch schon durch. Ich war schon durch. Ich war schon durch. Ich mache das jetzt genau wieder so. Jetzt habe ich das Ding auch. Okay, jetzt nochmal. Von da da durch. Ja, geschafft. Oh mein Gott. Ui, 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 Tiffi. 17 Mal bin ich gestorben. Alter Vater. 17 Mal bin ich da dran gestorben. Jesus, Maria und Josef. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nach welchem System? 1, 2, 3. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Das checke ich gerade mal überhaupt nicht. Ich werde jetzt voll auf die Nase fliegen. Oh mein Gott. Oh Gott. Mega gut, Herrgleich. Mega gut. Du bist der King. Nein. Aber es ist schon mal gar nicht so verkehrt, was ich da mache. Nein. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Schnell drüber, schnell drüber. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Und nur fünf Mal gestorben. So. Floor 15. Da muss ich immer da hin und her wechseln. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Geschafft. Oh mein Gott. Ich habe es gepackt. Fuh, 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 fuh. Und nur dreimal gestorben. Äh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Ich probiere es einfach. Ich probiere es einfach. Ich gehe es einfach darüber. Es ist ja relativ lange hier. Oh mein Gott. Oh Gott. Nach welchem System? mein gott mein gott ist es dass das macht mein hirn kaputt das macht mein hirn kaputt gerade das macht gerade total mein hirn kaputt nein also wie muss ich da laufen nein um gottes willen ja jetzt habe ich es gecheckt glaube ich ja ich habe es gecheckt aber ich gehe den ein den ein nein oh mein gott ok also ich habe es aber gecheckt ich habe es gecheckt was ich machen muss nein sprache und starb schon wieder nein jetzt hat es gepackt ich bin durch alter vater oh mein gott neun mal gestorben neun mal bin ich gestorben oder um gibt es eine krone nein ich glaube oh mein gott hier ist das maria und josef kann ich war sein so schwer kann das doch nicht sein leute 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 lachen fünfmal schon gestorben verdammt noch mal leute ich schwöre euch wenn ihr jetzt lacht wenn ihr jetzt lacht ehrlich ohne scheiß macht am alter macht das selbst macht das selbst das ist echt es ist unglaublich unten übrigens jetzt verlinkt im video und alter nein ich glaube das nicht wie dusselig stelle ich mich gerade an oder mal wie geht das ich muss dann direkt darüber ich muss direkt darüber rennen dann weil das in der mitte ist vergleich kollege was los mit dir ehrlich ohne scheiß schnell rüber schnell alter es ist so lange eigentlich in der mitte warum funktioniert das bei mir nicht so und jetzt ich habe eigentlich alles jetzt muss nur einmal durchlaufen einmal durchlaufen einmal durchlaufen kommen 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 kommenfinden nein im oh mein gott mein gott online gut ehrlich ohne ohne flachs wird jeder meinung seit das könnt ihr behalten nein oh mein gott online 무�andan mein gott und 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 mein gott 16 mal schon gottes willen ihr denkt euch jetzt auch mein gott ist der herr gleich schlecht kommt jetzt auf ja ich hab's geschafft mein gott was ist das denn jetzt hier oh mein gott ich ahne das übelste ich ahne das übelste das sieht ja eigentlich relativ einfach aus nein 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 da muss ich viel schneller werden okay dann muss ich viel schneller werden das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich so floor 19 ja das ist noch relativ einfach so ich meine so bis zu floor 20 und dann machen wir hier einen cut wenn euch das video dann heute gefallen hat dann lasst mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet so nein schalte es nichts wieder ein wenn ich euch wieder irgendein anderes spiel vorstelle ja das habe ich geschafft also floor 20 nicht ganz so schlimm gepackt ja gibt es da noch einiges ne also wenn es euch kann hat haut rein macht's gut bis dann und schön